Was für ein ungewohntes, aber wie ich finde, tolles Gefühl. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber ich habe genau diese Art von Live-Veranstaltungen mit Ihnen, mit unseren Kunden während der Pandemie extremst vermisst. Umso mehr freuen wir uns, wie zahlreich Sie unserer Einladung gefolgt sind. Es fühlt sich, wir müssen keine Maske tragen, nach zurückgewonnener Freiheit, nach Aufbruch an und um ehrlich zu sein, nach der langen Zeit bin ich auch ein bisschen nervös. Ich kann Ihnen verraten, die Zahl ist inzwischen leicht höher und deswegen wollen wir uns an dieser Stelle einmal ganz ganz herzlich bei Ihnen, konnten wir nicht persönlich machen, für die Zusammenarbeit in den letzten beiden Jahren bedanken. Vielen Dank. Es ist eine unglaubliche Resonanz gewesen. Es waren wirklich tolle Vorträge. Ganz zum Schluss gab es eine hervorragende Expertenrunde. Es war wirklich toll, hier zu sein, die Kollegen zu treffen und sich auszutauschen. Das in dieser Runde. Ein Kompliment an die Baader Bank. Hervorragende Organisation. Das ist wirklich wunderschön. Am besten hat mir gefallen, dass der Austausch mit den Menschen vor Ort wieder stattfindet. Tolle Leute, tolle, interessante Vorträge. Es hat uns einfach wieder gefreut, dass wir mal die Industrie vereint haben hier in München. Ich kann nur gratulieren zu dieser Veranstaltung. Sie war wirklich einzigartig. Es war ein richtig guter Branchen-Triff. Endlich wieder einmal nach der Covid-Krise. Es ist wirklich gut organisierte, schöne Pläne. Es ist immer eine Ehre, hier zu sein. Ganz toll. Es ist sehr, sehr schön, nach der ganzen Pandemiezeit sich endlich wieder physisch zu treffen und man merkt es, dass es einfach Zeit geworden ist. Partisator den Musik Das ist sehr viel persönlich mit dem Markt.